Hallöchen, werte Zuschauer, Drago und ich sind back und ja, das Let's Play Together Minecraft wird in ein paar Tagen, morgen, übermorgen, wahrscheinlich schon weitergehen, aber wir brauchen genau jetzt eure Hilfe, Survival Mode oder Creative Mode, wir müssen eine neue Welt machen, es geht nicht anders, die alte Welt ist komplett weg, ja, wir werden dann eine neue Welt starten, einen neuen Mode und diesmal durchziehen, ja, Drago und ich werden schön da ordentlich Parts rausziehen, kloppen diesmal, denn, äh, ich hab Lust auf Minecraft, er hat hoffentlich Lust auf Minecraft und schreibt doch bitte einen Kommentar, welchen Mode ihr sehen wollt, ähm, ihr könnt das Ganze auch so machen, dass, äh, ihr die Kommentare der anderen halt auch liked, zum Beispiel, dass jetzt jemand Survival Mode schreibt und das kriegt dann 10 Daumen hoch oder so, weil dann sehe ich ja, ihr wollt Survival Mode sehen, ähm, ja, also bitte hinterlasst einen Kommentar, wäre nett, äh, desto mehr stimmen, desto besser, Drago und mir ist es egal, also ich bin für Creative Mode, äh, er ist eigentlich für Survival und, ähm, naja, also, aber wir kommen auch, äh, mit dem jeweils anderen Modus, äh, Modus, klar, ja, äh, also hinterlasst einen Kommentar, haut rein, wir hören uns, tschö, tschö.